UNTERTITELUNG 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 Wie geht's Ihnen, Jerry? Ich hab seit 107 Stunden nicht geschlafen. Sind Sie ja wahnsinnig müde jetzt wahrscheinlich. UNTERTITELUNG 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 Das macht riesig Spaß. Wirklich. Genauso wie ich mir das vorgestellt. Gut, am Anfang hatten wir die ein oder andere Startschwierigkeit. Aber jetzt hab ich ein richtig gutes Gefühl. Darf ich Sie umarmen? Nein. Natürlich.